Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop-Video. Es ist mittlerweile schon so dunkel einfach morgens, dass ich richtig müde bin. Normalerweise, wenn es schon morgens hell ist, ich habe ein Ostfenster, scheint direkt die Sonne rein, bin ich eigentlich relativ früh wach, zumindest nach dem Frühstücken. Ich nehme es ja immer nach dem Frühstücken auf, bevor ich in die Schule gehe. Dort bin ich normalerweise eigentlich immer wach, aber wenn es so müde ist, dann ist er einfach trotzdem müde. Man bleibt dann auch müde den Tag über, es ist vielleicht mittags oder so. Da habe ich Sport, bin ich vielleicht wacher. Aber jetzt so morgens zieht es sich dann unglaublich. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, dass ich deutlich müder bin als sonst. Ich hoffe, es gefällt es trotzdem und ich würde mich da natürlich über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen. Und jetzt schauen wir mal in den Items-Shop rein und gucken, was dort heute alles neu ist. Neuens-Skin, ähm, hier den Sledge-Skin. Ziemlich eingepackt, ein kompletter Anzug. Ähm, passt ja schon so ein bisschen alles zur Zeit irgendwie zu Katastrophe. Und, ähm, es wird ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, äh, vielleicht wird heute ja ein Update reinkommen und, äh, da kommt ja Kevin zurück. Oder als nächstes Update kommt Kevin zurück. Und da passen natürlich, äh, all solche Skins zur Katastrophe und alles, weil es ja damals auch im Prinzip nicht gut für die Fortnite-Welt war. Damals hat es, das hat ja im Prinzip, äh, all diese Events weitergeführt und so. Ja, deshalb eben halt solche Katastrophen-Skins. Dann haben wir auch den Einschlaghammer, die Spitzsacke dazu. Sieht auch sehr, sehr extravagant aus, gefällt mir. Ja, dann haben wir hier, äh, das hier Jackenset, einmal mit dem Stabrohr-Skin, äh, und auch im Backpack hier. Das gibt es auch noch im schwarz-weißen Stil. Natürlich auch, äh, die Frau hier im weiblichen Stil. Sind ganz nett, die Skins. Der männliche gefällt mir nicht ganz so. Wobei, bei mir, wobei ich finde, dass der männliche mit schwarz-weiß besser aussieht, als der weibliche mit schwarz-weiß. Ähm, dann haben wir dazu passenden Pressluft-Hacker. Das ist ganz nice auf jeden Fall, die Spitzsacke. Und das Flauschsegel. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Hat auch zwei verschiedene Stile, mit, äh, zwei verschiedenen Symbolen drauf. Einmal Kaninchen und einmal Hund. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und dann haben wir hier den Qualengleiter. Gestern war ja die, äh, Qualenfrau drin. Sieht sehr, sehr glibberig aus, der Gleiter. Sieht aber eigentlich echt ganz nice aus. Sie haben so eine richtige Quale einfach. Ist ganz nett. Ähm, dann haben wir hier als nächstes Elektroswing. Hat einen nice Beat. Fällt mir auf jeden Fall. Dann, äh, der Commando-Skin. Ganz klassischer, äh, No-Skin im Prinzip. Oder so vom No-Skin-Charakter. Mit nur anderen Farben eben halt müssen. Ähm, ich glaub, das ist auch der erste Rettel-Welt-Skin, den man bekommt. Dann haben wir hier, äh, Zinkkerzen-Künstlerin. Ist ganz nett, der Skin. Für den blauen Skin. Dann haben wir den Rissbrocken als, äh, Backpack. Gibt auch nicht schlecht aus. Und dann haben wir zusammenreißer. Ist ganz in Ordnung auf jeden Fall. Das war's soweit mit dem Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.